Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bei einigen hat zumindest zeitweise die alternative Methode, die ich gezeigt habe, wie man das alte YouTube-Design bekommt, nicht mehr funktioniert. Und deswegen zeige ich jetzt hier diese neue Methode, die mir auch jemand in den Kommentaren gezeigt und vorgeschlagen hat. Und das hier ist ein User-Agent-Switcher. Da gibt es mehrere, ich habe mehrere probiert, die haben alle funktioniert. Aber ich zeige jetzt mal den hier, der Link wird in der Beschreibung sein. Den fügt man hinzu. Sehr gut. Dann geht man auf YouTube. Dann klickt man hier mit Links drauf und wählt seinen Browser mit seinem Betriebssystem aus. Dann geht man mit rechts hier drauf. Harvard über kann Webseiten Daten lesen und ändern. Und ändert das von auf allen Webseiten auf YouTube.com, weil sonst ändert es alle Webseiten ins alte Design. Und das will man bei den meisten nicht. Genau, und dann kann man neu laden und es funktioniert. Es ist ein bisschen anders als beim anderen. Und zwar hat man jetzt, also bei der anderen Methode hatte man immer noch eine Vorschau und das Kästchen hier oben war blau. Ich glaube, dass das Kästchen blau ist, ist jetzt nicht so der Vorteil. Aber zumindest die Vorschau fand ich schon, dass man die bei der anderen Methode noch hatte, fand ich schon sehr gut. Deswegen sollte die andere Methode noch funktionieren, würde ich eher die vorschlagen. Aber wenn die nicht mehr funktioniert, dann kann man diese hier nutzen. Ich hoffe, ich konnte euch was Lehrreiches beibringen. Bis zum nächsten Mal und ciao.